ich bin schon länger auf der suche nach einer günstigen action cam die auch als webcam benutzt werden kann und zwar ohne dass du dafür eine spezielle software brauchst oder ohne dass du dazu eine hdmi grabbing karte brauchst und ich bin tatsächlich irgendwann mal mit der akazu brave 7 fündig geworden hier kannst du ganz einfach ein kabel einstecken und das kabel dann in deine macbook oder in dein pc einstecken und schon wird die kamera als webcam erkannt doch wie gut ist die akazu brave 7 wenn man sie als webcam benutzt ist die bildqualität genauso gut wie aus der kamera heraus oder ist sie tatsächlich etwas oder sogar viel schlechter und wie schlägt sie sich gegenüber beispielsweise einer logitech stream cam oder anderen günstigen webcams lohnt es sich so eine action cam als webcam zu kaufen die du ja dann auch noch zusätzlich als action cam benutzen kannst also zwei fliegen mit einer klappe schlagen kannst darum geht es in diesem video und wir schalten gleich eben direkt zu der akazu brave 7 als webcam und dann kannst du eben live sehen wie gut die kamera ist und ob das für deine zwecke ausreichend ist ja und so sieht die bildqualität aus wenn du mit der akazu brave 7 direkt am mac mit quicktime das ganze als webcam benutzt und daraus ein video machst du siehst dass ich hier ein externes mikrofon benutze denn das mikrofon in der kamera selbst ist meiner meinung nach unbrauchbar aber selbst wenn das mikro in der kamera funktionieren würde so könntest du das nicht ganz so gut als webcam mikrofon benutzen denn das eingebaute mikrofon des notebooks ist da definitiv die bessere wahl noch besser ist es wenn du ein externes mikrofon deiner wahl benutzt es gibt ein sehr günstiges mikrofon dass ich dir auch unten in die beschreibung verlinke das eignet sich für webcam konferenzen absolut und ohne jegliche abstriche du siehst allerdings dass bei dem bild mit der akazu brave 7 hier definitiv ein großer großer nachteil gegenüber dem bild was die akazu selbst auf die sd karte aufnimmt ich weiß nicht warum ich kann es mir auch nicht erklären aber anscheinend wird intern in der akazu ein ganz anderer betriebsmodus benutzt das bild was wir hier sehen ist viel viel verrauschter als das bild aus der webcam heraus und trotz den lichtern die ich hier habe von zwei seiten also an an beleuchtung kann es ja also nicht mangeln habe ich ja ein sehr sehr stark verrauschtes bild da gibt es definitiv webcams die das besser können und vor allem weil wir ja auch ein externes mikrofon benutzen können dass tatsächlich webcams um die 29 euro von orki beispielsweise vom bild her wesentlich wesentlich besser als die akazu brave 7 mein fazit ist also die akazu brave 7 solltest du nicht kaufen wenn du sie als webcam benutzen möchtest wenn du sie sowieso schon hast oder sie als action cam kaufen möchtest dazu mache ich später noch ein eigenes video dann hast du die möglichkeit diese action cam auch als webcam zu benutzen und zwar am mac am windows und völlig ohne treiber das geht wirklich ganz einfach allerdings muss dir klar sein dass die qualität der kamera dann um einiges schlechter wird und ja du dich mit dem zufrieden geben muss was du gerade siehst und zwar bei sehr guter beleuchtung wenn wir jetzt noch weniger licht hätten ich kann das ein bisschen simulieren dann fängt die kamera richtig an zu rauschen und das ist dann definitiv schlechter als die eingebaute kamera beispielsweise für macbook das kann ich dir gleich noch mal hier als ja kleinen vergleich einspielen ja so sieht das bild der eingebauten facecam kamera aus meinem macbook pro 2017 im baujahr ja das sieht wirklich grauenhaft aus bei derselben belichtung wir können das noch mal ein bisschen heller machen auch hier rauscht die interne kamera sehr sehr stark mit der akazu brave 7 schaffst du dir hier also definitiv eine bessere webcam und wenn du sowieso eine action cam brauchst dann ist sie definitiv besser als die eingebaute kamera vom macbook oder von deinem notebook die meisten notebooks haben keine gute eingebaute kamera von daher wenn du nur deine interne kamera etwas aufmöbeln möchtest dann eignet sich die akazu brave 7 tatsächlich gar nicht mal so schlecht wenn du jedoch wirklich eine bessere bildqualität haben möchtest und wegen der bildqualität eine webcam suchst dann solltest du nicht die akazu brave 7 dafür kaufen da gibt es definitiv bessere webcams für sogar weniger geld beispielsweise die logitech stream cam alle webcams die ich dir empfehlen kann verlinke ich unten in der description so dass du dir auch mal andere videos von mir ansehen kannst wo ich andere webcams getestet habe du findest die playlist auch hier verlinkt und kannst dort die videos nach und nach ansehen ich habe einige webcams getestet die ich dir gerne zeigen möchte